Ich hab mal gerade auf den Plan geguckt, ob unser Clown auch nochmal kommt. Unser Clown nochmal, Moment, für die Kleingäste. Ich will nicht drauf. Ihr wisst es nicht, auf jeden Fall ein fantastisches Equipment. Ich seh hier auch was, das hatte ich auch mal als Kind. Und zwar das hier, das ist so eine ganz tolle Gruppe, die hat mir mal wirklich meinen Ruf gerettet. Da hatte ich in der Schule angegeben und hab gesagt, ich hab zum Geburtstag ein paar Wartei bekommen. Und das war ein Problem, weil da wollten die alle vorbeikommen, den angucken. Ich hatte nur ein Wäldsinn. Aber wenn du da quasi lange genug guckst, dann darfst du dich noch nicht bewegen, sonst geht er ab. Kann man auch aus dem Dachl im Labrador machen, tolles sein.